Um uns das Leben im Wohnmobil zu erleichtern, haben wir uns 2022 eine Waschmaschine ins Wohnmobil gebaut. Sie hat 3 kg Fassungsvermögen und verbraucht bei einem Standard-Waschgang ca. 30 Liter Wasser. Wie wir sie einbauen und zum ersten Mal in Betrieb nehmen, zeigen wir euch in unserem YouTube-Video Vlog24. Viel Spaß beim Anschauen! Bis zum nächsten Mal.